So, wunderschönen guten Morgen, hab euch mal wieder mitgenommen, nichts besonderes, aber es ist halt eine Stammkundin von mir, wo wir jedes Jahr eigentlich diese wunderschöne Platane wieder zurücksetzen. Die ist halt einmal gekappt worden, nicht von uns. Das tut ihr auch echt bitter, bitter leid. Und da haben wir uns dann jetzt halt vor, glaube ich, sechs Jahre her, müsste ich nachgucken, das erste Mal entschieden, die eben nicht wieder, sie hatte Angst, dass wenn wir die zurückschneiden, dass wir halt einfach so quasi hier wieder schneiden. Da habe ich gesagt, das machen wir nicht. Wir werden immer hier an den Kapstellen wieder zurückschneiden, sodass sich hier aufgrund vom Wundkallus und von der Überwölbung dann so ein schöner Kopf irgendwann bildet. So, da sieht man das noch besser, da ist das ein bisschen ausgeprägter. Und sodass das dann halt irgendwann, so eine Kopfplatane kann man ja nicht sagen, es ist ja nicht nur ein Stamm mit dem Kopf, sondern, ja, aber sodass das halt dann irgendwann mal, dass die hier so schön knubbelig wird und trotzdem noch relativ gut aussieht. Sie steht halt ziemlich dicht am Haus, deswegen ist das eigentlich auch gar keine schlechte Maßnahme, die eher klein zu halten. Und das machen wir halt jedes Jahr. Früher habe ich die immer geklettert und mittlerweile besitzen wir seit einiger Zeit eine eigene Bühne, so dass das eigentlich jetzt viel bequemer und viel schneller ist. Dann habe ich das immer mit der Rosenschere geschnitten, weil das ja alles nur immer kleine Trieblinge sind. Dann bist du abends aber kurz vor der Sehenscheinentzündung. Jetzt haben wir ja... hier die schöne Kneife von Stiel, die ich euch gleich noch ein bisschen vorstellen und zeigen werde, ja, sodass wir das jetzt alles kneifen werden. Okay, wir sehen uns gleich oben an der Bühne. Ich werde heute keinen Helm aufsetzen, weil Lärm wird es nicht geben und Kopfstoßen tue ich mir da auch nirgends. Von daher, alles gut, nicht meckern, kein Helm auf. Ich werde keine Kettensäge benutzen, also... Ich denke, das ist okay. So, hier haben wir jetzt also den Rucksack. Ich will nicht schon wieder bewertend sein, aber wenn man überlegt, was dieses ganze System kostet, dann finde ich den Rucksack schon so ein bisschen Billow. Also, es ist zum Beispiel im Rucksack selbst überhaupt kein Platz für die Schere oder wie zum Beispiel für das Zubehör hier, wie dieses Fett fürs Getriebe und Spray für die Klinge. Es ist also so irgendwie so ein Rucksack, der ist ungefähr so robust wie so ein 1 Euro Werbegeschenk. Hier ist die Steuereinheit für die Kneife drinne und hier ist dann auch eben der Akku drinne. Das ist alles mit Klettverschluss und das ist hier eine Stofftasche, weil man die sich eben auch an den Gürtel hängen kann. Dann müsste man das hier aber alles rausbauen. Das macht kein Mensch. Aber ihr seht, das ist hier alles geklettert und geklipst. Also, ich denke, das hätte man schöner lösen können. Da ist hinten auch nicht stabil im Rücken. Also, das ist alles, ja, und wie gesagt, kein Platz für die Kneife. Ihr habt dann ungefähr so großen Koffer. Ohne Witz, ihr habt den in dem Halloween-Video gesehen, wo ihr das dann reintun könnt. Das ist natürlich völliger Blödsinn, macht kein Mensch. Dann brauchst du einen Caddy nur für den Koffer. Ja, das hier ist, wie gesagt, der Akku, der rutscht da auch gerne mal raus. Den müsst ihr also hier mit beiden Strapfen gut festmachen. Also, das ist halt ein bisschen schade, dass man ein so teures und eigentlich auch sehr gutes, weil ich bin mit dem Kneifi echt gut zufrieden, Produkt in solch einem Pillow-Rucksack hier verpackt, wo nicht mal Platz ist, dass man das Ding da vernünftig reinstecken kann. Ansonsten habt ihr hier vorne dann den Computer, wo ihr den anmachen könnt. Da seht ihr dann auch so Sachen wie Batteriestatus und so eine Geschichten. Wir sind jetzt noch nicht angefangen, der ist voll. Ich nehme jetzt mal doch mal die Schutzfolie an. Ich glaube, ich werde das Ding doch kaufen. So, und dann habt ihr halt verschiedene Funktionen. Die Schere ist halt, wenn ihr alles richtig gemacht habt, ist die halt zu. Dann drückt ihr, dann geht die auf. Das ist ganz offen, also ganze Stellung für dicke Äste. Also ihr könnt da echt auch Besenstiele mitkneifen. Wobei man sagen muss, ihr seht das vielleicht. Die Klinge ist auch schon so ein bisschen zerschrabbelt. Also wenn man da wirklich mal richtig dicke Sachen mitkneift, die leidet also auch schnell. Aber da gibt es so einen kleinen Wettstein bei, dann macht man die wieder scharf. Das ist nicht das Problem. Die hat echt Kraft und ist alles besser als eine Sehenschein hinzunehmen. Dann müsst ihr einfach gedrückt halten. Dann geht die zu, so lange wie ihr drückt. Und wenn ihr zweimal schnell drückt, dann geht die eben nur halb auf. Das ist dann für dünne Äste, dann seid ihr mit dem Kneifen wesentlich schneller, als wenn ihr die ganz aufmacht. Das ist dann halt, wenn ihr nur dünnes Zeug habt, dann macht die nur halb auf und dann geht das rund. Wenn ihr dann die ganz offen habt und ihr macht Feierabend, dann drückt ihr zweimal kurz, haltet gedrückt. Dann habt ihr gerade das Piepen gehört, dann bleibt die wieder zu. Dann kann man die wieder in die Tasche oder in diesen Mörderkoffer packen. Die kann man nämlich hier entriegeln, so mit so einem Schraubverschluss. Und dann kann man die abnehmen und dann kann die in den Koffer. Ist verpolungssicher. So, jetzt hat sie sich halt abgeschaltet. Und dann, so ist sie wieder offen. Könnt ihr wieder arbeiten. Halbe Stellung. Ganze Stellung. Zweimal gepiept. Aus. Idiotensicher. Ja, so, dann wollen wir das Ding jetzt mal bei der Arbeit beobachten. Huh. Deshalb. Tschüss. Tschüss. da gibt es übrigens noch so ein schwules holz dafür das macht man sich dann an gürtel und da kann man die dann reinstecken das ist eine super idee wer hat immer ein gürtel um gerade wenn du so eine jacke oder so dann müsste ich den gürtel da drüber machen dann müsste ich die da reinstecken also wenn man jetzt eine beintasche mit klett hätte oder so das wäre vielleicht die man jetzt bein kleppen kann ich stecke das ding immer irgendwo in der tasche so oder lege die einfach hier in meinen korb hier in der bühne weil dafür habe ich den ja so Schnell, 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 schnell. Ihr wisst ja selber an der Platanen, das sind beliebte Alleebäume, das heißt, so schlimm war das meiner Meinung nach nicht, was da damals da geschleicht worden ist, weil die sind sehr schnittfreudig, also Platanen genau wie Linden oder so, da kann man eigentlich fast alles mit machen, vor allem wenn die noch relativ jung sind, so wie diese hier. Das war also jetzt nicht so dramatisch, sag ich mal, ich denke, dass wenn wir den so auf Kopf über die Jahre weiter schneiden, hier, dass das dann schön kugeli, hübsch, irgendwann wieder an hier. Natürlich wird das nie wieder ein Baum, aber es ist halt so eine Pflegegeschichte. Ich finde, es sieht ganz okay aus. Das wird bestimmt mal, wird bestimmt mal. Hier, wie gesagt, hier wäre überflüssig jetzt mit der großen, das würde zu lange dauern. Deswegen machen wir das mit dem kleinen, knitz, schnitz, für solche Sachen reicht überwiegend, die kleine, die halbe, halbe Öffnung. Und dann geht das Ratsi, fatzi. Ja, dann nehmen wir jetzt doch mal die große, zack, umgeschaltet, zack, ab. Überhaupt kein Problem. Also ich bin kein Gärtner, aber ich möchte gerade für solche Rückschnitte, und wenn man viel im Außenastbereich, auch bei anderen Bäumen unterwegs ist, dann möchte ich diese Schere eigentlich echt nicht mehr missen, das schont das Handgelenk. Ja, gerne, klar. Nach heute habe ich gescheitert, ne? Tschüss. 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 So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. Schrauben So, jetzt geht's. Ich weiß, dass man laut neuer ZTV die Stummel etwas länger lassen soll, aber ich bin ehrlich, mir gefällt das nicht so. Und da das hier keine Ausschreibung nach ZTV ist, sondern Privatbaum, halte ich die Stummel relativ kurz, finde ich einfach, sieht ein bisschen schöner aus, als wenn da immer so ein, aber wenn das wie gesagt jetzt ein Straßenbaum wäre, der nach ZTV ausgeschrieben ist, dann steht ja jetzt drin, hier solltet ihr etwas länger lassen. Die Anfangsdiskussion war ja, dass man jedes Mal wieder unter den Kopf geht und das alles wieder mit weg ist. Gab es ja lange, lange hin und her. Lange, lange hin und her. Und ich finde das mit diesem Stummeln gewöhnungsbedürftig. Ich finde das, wenn man das so sauber wie möglich auf Astring abschneidet und dann eben kurz stehen lässt, finde ich es eigentlich immer noch schöner. Aber ist klar, wenn man länger stehen lässt, ist die Wunde auch kleiner, damit verschließt er schneller und so. Am schlimmsten ist das, was die hier früher gemacht haben, das seht ihr ja, blank rasieren. Das macht man nicht. Das ist ein No-Go. Ich vermute mal, dass diese Schere eigentlich so eher für Gärtner, so Rosen schneiden oder für Winzer, Weinreben abkneifen, dass die dafür gemacht worden ist. Aber ich finde so, für solche Pflegegeschichten, Einkürzung im Außenarztbereich und so, da ist sie echt geil für. Nichts mehr mit Handsäge und so. Kannst du alles kneifen. Ich habe gesehen, das Problem mit dem Rucksack ist, der schiebt einen den Helm auch schon mal vom Kopf runter, weil der eben so weit hoch schiebt in den Nacken. Das ist für mich ein Zeichen, dass die Jungs von Stihl entweder keinen Helm getragen haben beim Test oder hier, seht ihr, wenn man so oder hoch guckt. Also irgendwie ist das vor allem, Alter, so ein riesen Rucksack für so einen kleinen Computer und Nacken. Das hätte eine Gürteltasche gepasst. Aber gut. Nichtsdestotrotz ist die Schere ja cool. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Die ist ja echt leistungsstark. Ob die dann auch so schwer und so groß sein muss? Ja, muss die wahrscheinlich, weil da ein kräftiger Motor drin ist. Das Kabel, klar, verdreht sich öfter mal, verfängt sich auch irgendwo. Logisch, brauchen wir nicht drüber reden. Das sind aber Luxusprobleme. Klar, das ist Meckern auf hohem Niveau, weiß ich. Ja, alles ist besser als von Hand. Aber es ist halt auch alles echt noch stark verbesserungswürdig, wenn ich überlege, was das alles immer kostet. Das muss man mal überlegen. Was dieses kleine Pimmelding hier kostet, macht dich schneller. Alles klar, wie es nun gesehen ist, sein Geld irgendwo wert. Also es regt sich. Aber die Schere ist gut und robust verarbeitet. Warum ist dann der Rest so billow bei dem Preis? Warum ist das alles so halb ausgegoren? So als wenn der Designer oder der Konstrukteur so nach der Schere keinen Bock mehr gehabt hat und den Rest einfach so hingefopzt hat. Hauptsache es wird fertig und funktioniert. Weil die Schere ist echt gut und geil. Und der Rest ist irgendwie so, hier mach du mal weiter. Weißt du, ich habe keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, so kann man auf Dauer die Kunden nicht glücklich machen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber klar, wir sind speziell. Wir sind nicht die große Masse. Und Stiel braucht natürlich die große Masse. Und die große Masse sieht unsere Probleme halt als Luxusprobleme. Weil die stehen halt nicht in der Bühne und haben keinen Helm auf. Und da stößt es denen eben nicht an den Kopf, weil sie da anders nicht rankommen. Die testen ja wahrscheinlich auch alles immer nur unter optimalen Bedingungen. Aber der Alltag sieht halt leider anders aus. Das ist das, was wir oft genug schon angeprängert haben. Aber wie gesagt, ich finde die halt cool. Gerade mit diesen zwei Funktionen. Aber jetzt sieht man auch schon wieder, die Klingen, die leiden. Obwohl das hier jetzt keine Arbeit ist. Also meine Felco hat länger gehalten. Da sah die Klinge nach einem Tag noch nicht so aus. Wenn ich so weitermache, kriege ich bestimmt noch Hausverbot. Bei Stiel. Das wäre dann so der nächste Gaudi. Aber das ist das Problem. Die können alle mit Kritik nicht um. Das mögen die gar nicht. Und das ist ja auch alles Quatsch. Und das soll gar nicht so benutzt werden. Und das ist richtig wie die Seier. Nicht bestimmungsgemäße Benutzung ist immer so das Lieblingswort. Nein, also wie gesagt. Schere ist geil. Rucksack ist so so lala. Das Leistungsverhältnis ist damit auch hier so lala. Das ist ja zum Beispiel auch kein Geheimnis, was Stiel zum Beispiel seine Schienen in China produzieren lässt. Das steht ja sogar auf den Kartons drauf. Das denke ich mir ja jetzt nicht aus. Dann kann man sagen, gut, alles noch was in China kommt ist schlecht. Auch das ist richtig. Aber das ist ja auch ein Zeichen, dass die auch einfach nur billig produzieren wollen. Das steigert dann ja auch die Gewinnmarge noch. Wenn man das billig herstellen lässt, aber teuer verkauft, ist doch super. Besser geht es doch gar nicht. Das fördert natürlich auch die Ausbeutung in diktatorischen Ländern. Aber das ist ja bei der Globalisierung und beim Welthandel gewollt. Afrika hat die meisten Bodenschätze neben Russland und China und so. Das ist aber eins der ernsten Länder. Warum? Weil der Krieg und die Zerstörung und der Hunger und der Elend, der ist da gewollt. Damit nämlich der Westen dieses Land ausbeuten kann und nicht die Einheimischen. Und damit der Westen sich eine goldene Nase an dem Land verdient und nicht die Einheimischen. Von daher braucht ihr euch da gar keinen Kopf machen. Das ist alles so gewollt und da ändern wir auch nichts dran. So. Ich glaube, das war der letzte. Der Baum ist fertig. Fertig. Und aus. Nebenbei haben wir da noch zwei Thujen gefällt. Fällt mir gerade ein. Also. Hinten noch eine Kirsche geschnitten. ia aus. stehen wir jetzt auf. Hinten noch eine Kirsche議ion. Ja.